herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe der klemm baustein lyrik und wir starten mit einem titel eines sets mehr oder weniger aus der hölle nämlich minions figuren bauset mit versteck mehr lust auf dieses set kann man bei kindern glaube ich nicht wecken als mit einem titel der heißt minions figuren bauset mit versteck na ja es steckt zumindest minions drin die sind süß die sind knuffig die sind gelb blau und sehr unterschiedlich und das was hinter diesem titel hier verbirgt ist nämlich eins von den beiden sets die immerhin jetzt schon mal rausgekommen sind bei lego wenn auch dort immer zurzeit schwierig mal zu bekommen die restlichen kommen ja dann wenn der film dann doch irgendwann noch mal der zweite teil von den minuten ins kino kommt 876 teile für knapp 50 euro aktuell ja zweieinhalb prozent weniger und das sind teile preis von ja nicht mal sechs cent das ist okay also muss man sagen dafür dass dort kleine aber auch große teile sind und auch eine menge aufkleber wie wir hier sehen es sind drei kleine minions und zwei große wobei wir sogar noch ein b modell haben das schauen wir jetzt dann wollen wir mal bei den minions ein bisschen reingucken und da sehen wir sie beziehungsweise wie man schon erkennt es sind nur zwei große und drei kleine wie das zusammenkommt das ergründen wir jetzt da haben wir schon mal steward kevin und bob und wie wir sehen tatsächlich sehr unterschiedliche minions mal mit einem auge mit zweien auch unterschiedliche augenfarben und unterschiedliche gesichtsausdrücke obwohl sie lächeln immerhin alle mal mit kurzen bein mit damit langen bein also schön unterschiedlich wir haben auch noch ein paar weitere accessoires die können wir uns gleich noch mal angucken mit denen wir auch noch die ganzen figur ein bisschen verschönern können wir können dem auch die haare da reinstecken also man kann sich seine ganz eigenen minions alles zusammen basteln auch was wie gesagt ja hier die augen angeht es gibt noch ein paar zusatzaugen ich finde die wirklich das hatte ich aber auch schon beim letzten minion set was ich hier besprochen habe gesagt wirklich knuffig also die sind sehr sehr cool also allein schon hier dieser schlafanzug bei einer gesagt mit dem einen auge dann auch wirklich der große hier das ist auch fest also das ist nicht gebaut hier dieses eine teil und ja von hinten sind sie jetzt nicht nicht die schönheit da tut sich nicht viel aber wie gesagt wirklich coole figuren das gilt auch hier für den bob der mir gerade eben abhanden gekommen ist den können wir noch mal von hinten zeigen auch da mal mit hut mal ohne je nachdem wie es beliebt und ja wie kommt es also wir haben hier drei minions klein zwei in groß und das interessant und das war mir gar nicht so richtig vorher bewusst es lässt sich nämlich der gute kevin in den bob umbauen das heißt diese figur sind quasi drei möglich aus zweien der bleibt steward bleibt so wie er ist aber daraus können wir auch den kleinen machen und dazu haben wir auch schon hier ein bisschen zusatzmaterial wie wir sehen auch so gut könnten wir zum beispiel draufsetzen wir haben mal ein schwert weil wir würden dann sehen aber das müssen wir uns gleich dann leider auch nur im katalog bzw in der anleitung einmal angucken dass der dann eher der ninja kämpfer ist inklusive auch eines anderen mundes den wir dann verwenden würden und da sehen wir auch schon der ist genauso wie bei den anderen was wir gleich sehen werden bedruckt gut aber eins nach dem anderen das übrigens was hier ansonsten drin ist aufkleber und das gilt leider auch und das werden wir dann da drin auch wieder entdecken für das große schild und was betitelt dass man auch weiß wer wer ist da sehen wir das bob das sind aufkleber gut jetzt haben wir schon bis kleinen sneak peek gemacht auf das was man draus machen kann aber jetzt wollen wir uns ja erstmal das was es ist schon mal angucken und da starten wir hier mit steward also das ist jetzt der große und da hätten wir den kleinen ein auge wir sehen hier bei dem ist ein bisschen schon leicht schläfrig hier noch ganz gesichtsausdruck auch der mund ganz anders macht aber nichts ist trotzdem richtig schön großer 14 ich glaube ungefähr 14 zentimeter 13 14 zentimeter großer minion also und wie wir auch sehen mit so einer kleinen tasche da vorne dann auch von dieser latz hose oder was das da sein soll die knöpfe das ist alles gebaut wie gesagt das ist immerhin bedruckt da diese zähne mit dem bisschen gesicht dann hat er hier die hände das ist das einzige was ich bei den dingern ein bisschen schade finde die kommen ein bisschen zu voluminös rüber zu prägend also wenn man das so sieht das andere passt finde ich sehr sehr schön auch mit diesem kurzen bein die leider nicht also nur hier vorne die füße lassen ein bisschen drehen aber eigentlich sind die nicht beweglich aber die dinger gerade so die einzelnen finger das wirkt etwas ein bisschen zu klobig also gegenüber dem rest auch hier ansonsten schön das auch wieder gebaut diese diese dieses kleine stirnband was hier drum ist auch witzig hier diese leichten haare hummus simpson wäre stolz drauf also wie das hier gebaut ist wir sehen es ja hier mit diesen einzelnen kleinen zacken die da einfach reingedrückt sind können wir noch mal richtig hinschieben also eine richtig schöne größere figur und das richtig coole an der ganzen geschichte ist natürlich dass wir reingucken können was beim steward denn drin so los ist und wie wir hier sehen da ist eine menge wir können also hier schon so ein bisschen erkennen was er so für interessen hat da sportlich ist das ganze wohl auch wir haben hier noch so ein tonbandgerät irgendwelche knöpfe anzeigen wir haben hier sehen wir auch dass er da wohl irgendwie so ein bisschen kämpfen kann was hier zum ziel schießen pfeil und bogen wobei nur der pfeil ist und wir können ihn sogar schlafen legen während uns jeder boomerang gerade einmal ein bisschen sich verselbstständigt hat so wieder reingedrückt na egal hier das gute teil können wir einfach runter klappen und dann kann sich steward wenn er möchte hier dann einfach rein legen so und dann hat es gemütlich ja also einer der ist gerne etwas ruhiger mag da sehen wir auch was jetzt übrigens hier alles zu sehen sind aufkleber also da ist leider nichts weiter bedruckt das gesicht vorne ja der rest ist geklebt da muss man auch gerade bei diesen sachen hier wo das schild so in die mitte kommt das finde ich dann immer so ein bisschen schwierig wenn man das so genau mittig kleben soll woran orientiert man sich dann und dann ist das immer bei mir zumindest ein leichtes kleines glücksspiel da ist es mir so ein bisschen gelungen aber ja diese aufkleber hasse ich gut also hier ganz cool auch mit dieser bank wirklich das sind wahrscheinlich lautsprecher die hier sind also man entdeckt viele viele schöne kleinigkeiten die hier den steward wohl auszeichnen und wir haben hier was zum drehen und damit können wir nämlich da sehen wir es auch sein gesichtsausdruck beziehungsweise das auge ein wenig drehen was bei einem auge finde ich nett ist aber wie wir gleich sehen werden bei zwei augen auch tatsächlich einen deutlich anderen gesichtsausdruck dann erzeugt das gucken wir uns jetzt an wenn wir zur nächsten figur kommen und damit der kevin und darf ich dieses lächeln so schön also bei ihm hier dieses erschrockene gucken ja kennt man auch von den minions aber ich mag dieses zarte lächeln noch lieber er hat ansonsten ähnlichen bau wie wir hier sehen am bauch da ist es um nicht zu sagen ziemlich parallel gleiches problem mit den armen und den händen dadurch dass er einen etwas größeren kopf hat fällt es nicht ganz so auf hier aber ich finde es ist immer noch zu viel also man sieht ja auch wir können immerhin die finger einzeln bewegen das ganze lässt sich auch drehen und schieben also wenn er will kann auch was in die hand so ein bisschen was breiteres nehmen so aber ja wir können es nicht weiter zusammenklappen den finde ich noch cooler erst ein bisschen größer beine füße ähnlich gestaltet wie wir hier sehen man etwas andere haare da ist dieses büschel hier oben auch hier mit diesem stirnband wie wir sehen und jetzt klappen wir bei ihm mal auf und sehen da ist aber auch ordentlich was los also viele aufkleber vor allem viele anzeigen tafeln von raketen also es glaube ich dann eher der der ein bisschen ja für bums lockt in der ganzen geschichte deswegen auch hier wahrscheinlich feuerlöscher da sieht es also viele anspielungen wahrscheinlich auch da müssen wir noch auf den zweiten film vielleicht auch noch ein bisschen warten was sich da alles hinter verbirgt auch anzeigentafeln schaltpult also man sieht da wird gesteuert hier haben wir zum beispiel auch eine banane da können wir irgendwas drehen vermeintlich und 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 schraubenschlüssel also auch hier richtig schön großartig voll wir könnten ihn auch hier dann rein stellen das passt auch durchaus das ding können wir dann noch schließen so zack passt genau also der hatte durchaus platz als steuereinheit und hier wie gesagt finde ich ja dass das mit den augen noch cooler rüberkommt und wenn zwei sind da sehen wir wie die sich gerade wenn sie so ein bisschen auseinander gehen das hat so richtig was also was wildes finde ich den finde ich sehr sehr cool auch geworden das schöne ist auch dass wir zwei anleitungs besser haben bzw bauanleitungen wer will kann also zu zweit bauen das heißt einer macht den steward und der andere macht den kevin und wenn man mit kevin durch ist hat man gleichzeitig noch hier drin die anleitung wie man aus kevin den bob macht und wie wir sehen es geht natürlich erst mal um das grundgerüst dann kommt das interieur und am ende noch ein bisschen was oben drauf die hände kommen auch noch ran und hier ist es noch mal ganz interessant dass wir hier nämlich da auch die wegentscheidung haben ab seite 5 kevin oder bob eben ab 66 und das interessante ist jetzt einmal reingucken wie ich sagte ja schon innen drin beim bob ist ein bisschen wat ninja mäßiges kampf mäßiges da erinnert das ja so ein bisschen an ninjago naja grob also zumindest die waffen der stab da wat grünes also da ist der kevin selber aber finde ich spektakulärer also deswegen habe ich den jetzt mal so gelassen hier sehen wir auch dass wir noch verschiedene varianten haben wie wir die minifiguren ausstatten können mal mit hut unterschiedliche hüte und so weiter und so fort also das finde ich auch sehr sehr cool und da sehen wir auch noch die anderen minien sets die ja noch nicht erschienen sind also wir haben ja bisher nur die beiden und ich vermute mal sobald der film dann irgendwann minien zwei doch in die kinos kommt also irgendwann wahrscheinlich irgendwie anfang nächsten jahres wird dann auch hoffentlich der rest dann erscheinen wobei das hier zumindest von den bildern her finde ich schon das mit abstand für mich spannendste von diesen sets ist einfach schlichtweg ich mag großfiguren auch wenn sie jetzt nicht riesig sind aber ich mag sowas sehr und damit kommen wir auch schon zum fazit man hört es vielleicht so ein bisschen raus dass ich die beiden ziemlich cool finde also ja also bis auf diese hände diese riesen hände ist das und auch die aufkleber also da finde ich wie gesagt diese mittig aufzuklebenden dinger und das sind relativ viele kleine fitzelige teile das fand ich nicht so dolle aber in der gesamtgestaltung die drei minifiguren sind wieder klasse mit auch den unterschieden varianten die man daraus machen kann und eben diese beiden großfiguren hier und halb großfiguren mit insbesondere auch dem ganzen interieur ist so schön gestaltet und so fantasievoll also inklusive auch dass man die augen drehen kann das finde ich so so schön also und dass man daraus auch noch den bob machen kann ist noch so ein kleines tüpfelchen aber ich glaube dass die meisten den kevin lassen weil der einfach der interessantere weil auch größere ist also richtig cool und selbst preislich kann man eigentlich nicht viel meckern mit etwas unter 50 euro was es jetzt ja kostet zwar auch nur bei lego mal sehen ob es irgendwann auch in den freien verkauf geht aber da sind wir bei einem teile preis von etwas über fünf cent das kann man durchaus haben also daran merkt man vielleicht auch dass das ganze etwas beliebter ist weil es das set zumindest zu dem zeitpunkt als ich das jetzt hier gerade bespreche nicht so einfach mehr zu kriegen gibt das ist erst mal ausverkauft ich hoffe dass es bald wieder gibt weil ich glaube da gibt es auch noch mehr die sich hier dran dann interessiert zeigen werden und ja erst recht wenn der film dann kommt glaube ich minions haben durchaus ihre fans und die werden gerade mit diesem set glaube ich auch gut bedient ja dafür dann auch dass ich das sein konnte das ermöglichte mir jetzt lego durch das rezensionsexemplar vielen dank ich hätte für das geld allerdings auch gekauft muss ich zugeben also das wäre es mir auf jeden fall wert gewesen weil es richtig cool finde also ja das war's was meint ihr was haltet ihr davon oder seht ihr das ganz anders dann hinein damit in die kommentare und dann warten wir mal ab wann bin ihren zweiten wirklich in den kinos kommt wobei den ersten film fand ich zwar auch ganz witzig aber nur minions ist finde ich dann zu viel also das ich hatte auch viel davon mir erwartet vom ersten teil weil ich den die minuten natürlich vorher auch schon cool fand als immer so kleiner zeit kick aber wenn sie ihren eigenen film haben fand ich zu viel und dann fand ich irgendwann auch ein bisschen nervig also so gesehen erhoffe ich mir vom zweiten nicht viel aber dann ist kann man auch nicht enttäuscht werden auch eine schöne sache bis denn